Yo, BWB hier am Start. Das ist der Berning, ihr Fotzen. Das ist der behinderte Hölter. Moin. Behindertest mich kein. Und wir fahren heute nach Lingen. Operation Full Sand. Let's go. Bist du behindert? Ja. Doch, Mann. Das war so schön. BWB, ihr Fotzen. Und ja, wir haben was vor in diesem Video. Wir werden des Öfteren eine Special Diving Freerunning Crew Namen nennen. Ihr könnt ja raten, wer es ist. Und ihr könnt ja mitraten, wie oft wir es sagen. Schlappen. Was hast du dazu? Full Sand, Junge. Full Sand. Einfach Bernings Hoden gefunden. Das Navigationsgerät hat ein bisschen Komplexe gemacht. Ah ja, und willst du noch was sagen? Krass, mit Schlappen und so, ne? Ja, also Schlappen. Ich hab auch Schlappen an. Ja, du hast richtige Schlappen an. Ja, nein, Schlappen. Richtige Schlappen. Über die Stimme. Wie, wie, ist das? Oh, 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 oh. Hallo, oh, ha. Woh, oh, oh, oh! Hey, 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 hey! Oh, 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 oh. Du weißt, wie... Bewey, ihr Fotzen. Und jetzt einmal ein Video für die Fußweggeschützten über euch Ich hab ne Crew Und meine Crew sind deine Huren Also ne, du warst das Schiefmauz Damit du auch nicht übergestern halt geredet Ich muss sagen, korrekter Typ Aber er hat ein Problem in seinem Leben Er steht auf Anime-Pornos Und dafür machen wir dir einen kleinen Einspieler Jetzt BWB, du Scheißfotze Also, mitten in Deutschland Wir gehen ein bisschen außerhalb Wir sind fast in Linken Da sind Punkturen Wer hat kein Handynetz? Genau, ich Wo da? Willst du da ein Triple ziehen? Ich zieh Triff jetzt hier Vom Haus Ja, ne, vom Turm Auf Beton Also dieser Turm Jo, wir sind angekommen Erstmal mit den Bademeistern gequatscht Mega korrekt hier Und 10 Meter Operation Full Sand Schlappenende Wir machen jetzt keinen Kältecheck Wir werden uns einfach in die Kälte reinschmeißen Hörter zuerst, go W discussing Was ist es? W Wo ist es? Okay, Operation Fullcent. Ein paar Clips habt ihr schon gesehen. Jetzt Basti zieht was. Dann fährst du mal einen ordentlich hohen Fliffes, Alter. Das bockt richtig, Alter. Junge, nicht mal richtige Feder. Ich werd jetzt auch Fullcent. Rudi Hara, go. Ich sag euch, ich hab Angst des Todes. Alter, für First Strike super, Alter. Ich dachte einfach nur so, fuck, wann kommt das Wasser? Das war Nacken, ne? Ja, bestimmt schon zum Bauch. Geil. Da fehlt ja nicht mehr viel. Wir wollen euch hier sehen. Ich seh euch hier von 10er runterreißen, Leute. Ohne Scheiß. Kai macht jetzt einen Sprung für irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß selber noch nicht genau, was ich jetzt springen werde. Aber ich werd jetzt gleich auf Karma springen. Triffes. Das geht in die Fresse. Easy. Stand it. Stand it, Junge. Das war ein einst reiner Fliffes. Wohin? Als reiner Fliffes. Drei Saltos, halbe Schraube, perfekte Ausführung. So wollen wir das sehen. Mal wie schön. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sehr schön. Send it! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Wahnsinn! Ich habe gerade angegeben, Triple Front von 1, erst 3, Füßt 2. Scheiße, Füßtend! Bin ich mal. Füßtend? Füßtend. Schlappen. Ja! Füßt noch was Triffes! Was? Was war das? Du hast was Triffes gemacht! Fuck! Scheiße, ist das geil! War das 3? Das war was Triffes, du bist in eine Viertelschraube gegangen. War das 3? Ja! War das geil! Junge, ist das geil! Das war 2,5 in die Fresse, das war gar nicht so gut. Aber da sehe ich gleich heute noch einen Try, Alter. Junge, es ging so in die Fresse, Alter! Respektiv! Next Try! Ja! Zucki, voll! Ohhhh! Ohhhh! Wo ist denn das? Gerade war, ja, dreifach ein Füßtelschrauber. Jetzt wollen wir mal, wisst ihr, Triffes! Ohhhh! Ohhhh! Perfekt am Füßtelschrauber! Ohhhh! Scheiße! Nein! Werden, was sagen Sie dazu? Schlagen wir doch! Ja! 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 Keine Chance! Warte lieber bis zum Ende, bevor du wirklich nichts holst. Also ich werde später Hammer versuchen. Ich bin gerade einfach zu doof dafür. Kurze Information am Rande, das war gerade mein erster Hammerbach. Okay, Tag! Triple Try! Full Send heute! Warte, 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 warte! Gönn dir! Schlappen und so! Full Send! Einfach, weil wir es gönnen! Oh, ich hasse es! Ey, Leute, wir sind gerade erst mal hier. Ich habe meinen ersten Triple von 1 gezogen. Okay, es ist Maxi! Aber es war ein Triple! Ah! Schlappen und so! Nein! Ach, machen wir das! Das war ein Auerbacher, das hat man gesehen. Das war so schnell! Das war einfach so schnell so! Oh yeah! Das war ein Trümpel! Erstmal Wort schreiben! Erstmal Wort schreiben! Oh Mann! Hast du ein geiles Gefühl? Schön! Ich habe Bock, Alter! Ich habe Bock! Rudi Haarer! Go! Ich gönne den jetzt! Rudi Haarer! Scheiß drauf! 1,5 Vorwärtsschrauben, Rückwärtshalte! Next Strike! Next Strike Triple! Der wird hier auch umgehen! Triple Hour! Let's go! Komm gleich wieder! Jawoll! Jawoll! Dieses Gefühl einfach nur! Jetzt musst du in die Rückwärtshalte! Du musst! Geil! Oh shit! Die Junge, da wollte ich eigentlich reinsteigen auf 2,5 oder? Aber der geht diesmal nicht so auf die Eier! Einfach gestört, was hier abgeht! Fuck! Das ist doch schon geil! Der springt nach hinten! Nein! 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 Schön! Kai, was sagst du? Wie oft verkackt Berning noch den Trip? Lauerbach versucht? Ich sag so 10 Mal! Okay! Seien wir realistisch! 3 Mal! Okay! Spätart! Ah! 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 Das war der cleanste! Ah! Ah! Ich hatte so viel Zeit! Ich hab Bock! Noch! Try 2! Das hab ich auch noch nicht gemacht! Dreh! Ah! Okay! Da bin ich drauf! Mach du! Schwer! Wir warten auf ihn, dass wir endlich uns von 5,5 und so schmeißen dürfen um 10! Wir warten nur drauf! Ah! Ah! Chlor! Ah! Shitface! Wasser! Oh! Alter! Mein Bank ist voll am Wasser! Guck mal! Das treibt auf! Das schlappen! 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 Hey! Wir brauchen immer noch was für die Fußwitzschüsse hier im Schwimmbad! Ja. Oh, senpai! Jetzt wird Band und Wumon Niveau los hier... Und wieder ein bisschen Pornomaterial für Mauser Also meine Operation ist erstmal auch kein Salto, aber so Brett von 5 bis 7,5 bis 10,8, go. 1, 2, 3, senden! 3, 2, 1, senden! 3, 2, 1, senden! 1, 2, 1, senden! 1, 2, 1, senden! 1, 2, 1, senden! Insane, einfach krank, der Junge, krank! Ich bin so spät ins Brett gegangen, Alter! Hat's gescheppert? Mein Arsch scheppert auch einen ab. Und ich schmeiß mich jetzt in die Katze. Von 7,5. Denning, was sagen Sie dazu? Scheiße auswirkt, aber geil gesprungen. Ja, alles gut. Es hat so in den Rücken reingezogen. Gut. Machen wir die Wurst-Challenge? Also wir sind hier im Freibad. Erinn nimmt eine Wurst, ich nehme mal eine Wurst. Mal auch zeigen, wie tief wir das Wüsten in den Mund nehmen können. Oh, das kann ich gut. Und noch ein bisschen Anime-Porno für dich. Jo, da haben wir einfach mal ein bisschen von 10er gesendet. Nichts krasses, aber war doch schon mal ganz nice für den Anfang. Ja, wir nehmen jetzt gleichzeitig für nächste Woche dann noch Game of BWB auf. Wir werden nur vom Einer springen, aber das wird safe witzig. Also, let's go! Ja, das ist jetzt eine gute Training-Season. Ich glaube, wir sind alle fast mit dem Kräften am Ende. Irgendwo, irgendwo, ja, irgendwo dran scheichert es immer, wenn es die Kraft ist. Aber wir werden... Mal gucken, was gleich noch im Mittel geht. Wir werden gleich noch ein bisschen was von Einer machen. Vielleicht auch noch ein bisschen Dreier gucken. Also, wir haben auf jeden Fall noch Bock. Maurice hat heute noch nicht so viel gemacht. Aber jetzt wird Maurice uns ein bisschen zeigen, was er kann. Ich hab Bock drauf. Und was sagt Maurice dazu? Mal gucken, wie man Knie mitmacht. Aber sonst ein bisschen raushauen. Okay. Full Sand! Sand! Nice! Wow! Richtig schön! Was sagst du dazu? Ja, hat sich gut angefühlt. Aber ich glaub, die Landung war nicht ganz so geil. Oh, ging aber, ging aber. Jetzt auch noch ein bisschen Stuff von Hölder mit dabei. Werning will sich jetzt richtig hart gönnen. Wir probieren jetzt das, was mir empfohlen worden ist. Eigentlich von drei Meter. Ich try es jetzt von einem Meter. Maxi. Fliffes Haare. Zweifach vorwärts. Halbeschrauber in den Backflip. Full Sand. Egal. Scheiß. Nein! Sag doch! Spreng den Sprung gleich nochmal. Maxi Flex, ne? Das macht Bock. Aber das ist auch ein Katapult, das Ding. Das ist ein Katapult. Das geht auch aus. Und gleich nochmal versuchen. Scheiße. Ich komm einfach mit dem Kopf nicht klar. Du springst schön in Fliffes, Alter. Du musst kurz öffnen. Und dann in den Backflip. Das kannst du nicht machen. Jetzt probieren wir einfach in Triffes, Alter. Leck mich. Oh! Nein! Oh! Oh! Fuck! Scheiße, Mann! Wie geht's dir? Der tat nicht weh, der war scheiße! Was war das? Oh! 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 Die sexy Fußfetischisten. Jetzt haben wir auch noch Maurice seine Füße. Okay, also. Heute kranke Trainingsseason. Ich werde jetzt noch zum Ende einmal Full Sand. Der Rudi Haare hat ja vom ersten Mal. War leider nicht ganz rum. Vom Dreier easy. Ich werde ihn jetzt noch mal vom Einer einmal Full Sand. Und dann, ja, werden wir uns, denke ich mal, ganz gemütlich was zu essen holen. Noch ein bisschen was essen. Dabei wahrscheinlich irgendwas Lustiges machen. Und noch ein Bierchen trinken. Und dann würde ich sagen, war das heute ein ganz gelogenes Training so. Ne? Full Sand. Go! Schlappen! Mach den selben Sprung nochmal! Go! Mach den selben Sprung nochmal! Go! Leider nicht ganz rum. Aber die Kraftreserven lassen nach. Ich glaube, alles was wir jetzt noch machen würden, wäre dumm. Wir würden uns wehtun as fuck. Ich würde sagen, wir lassen die Season so stehen. War eine richtig gute Training Season. Und ja, nächste Woche seht ihr Game of WWW. Und wir werden jetzt ein bisschen was essen. Noch ein Bierchen trinken. Und schicken euch dann ins Outro. Bye bye! Hey! Bei etwasой Tag haben wir dich oder dich. Ich bin Kai! Das ist Owen. Das ist Einige. Das ist Achglatscher. Aiu! Tauch. Das war... hats durfte Okapiel. Und das war eine Bethesda. Du darfst keine Kinder mehr teugen. Das stimmt. Und jetzt alle zusammen, wir wollen die Schlappen sehen, wir wollen die Schlappen sehen, wir wollen, wir wollen, wir wollen die Schlappen sehen. So ein großes Feuerball, Jumel! Möchtest du den Zuschauern was sagen? Tut alles weh, das war ein geiles Training, Full Sent, Slapen Style, Katze von 7,5 geschmissen, noch nie gemacht, tat weh, war lustig, Wiederholungs-Täter. Wiederholungs-Täter. Ich hab gehört, nächstes Mal gibt's die Katze von Benning von 10. Hab ich auch gehört. Könnt man mal schweigen. Schon? Foodporn. Jetzt drückt doch mal richtig rein da drin. Oh, oh Senpai. Leck es aus, leck es aus, leck es aus. Schon relativ erotisch. Jetzt du. Möchtest du? Möchtest du? Eine lange Stange in deinen Hand. Eis. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Scheinbar. Oh, 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 oh. Das Ding war ganz drin. Oh, ganz tief war es drin. Oh, oh, oh. Und, Alter, hat euch was mitzuteilen. B-B-B-Festfotzen B-B-B-Festfotzen Uwo Uwo Kendi gib mir ein Hoja Hoja Osepai Kendi gib mir ein Hoja Hoja Can somebody give me a Hoja Wollen wir nicht unten? Hier Und hier Das geht runter Das geht runter Ich halte runter Hör doch wieder an Hör doch wieder an Guck mal Guck mal nach Guck mal nach B-B-B-Festfotzen Überlass dir den Luka jetzt Genua ist im Paar durchscho Ach Ich wollte ihn nicht so Und dann zockt, zockt, zockt In die Eier Keine Kippe, wo wir sind, wo wir sind. Ohohoho, das hat gescheppert. Das war das Auge. Hast du Blut im Auge? Das hat mich angenommen. Naaah! Und rein in die Olga. Nein, du tust nicht, das was ich vermute. Oh, doch. Ich mach das ganz leicht. Nein. Das ist ein guter Übergang. Verpiss dich, du machst irgendwie leicht. Denk dran, ich hab ein Grit. Fahnenvisieren. Ach, das ist doch nicht meine Penispitze. Das Handy lieber da weg. Fahnen. Nein. Das war schon ein Leid, da muss man zugeben. Das war nicht fester. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich hab dir vorher gesagt, das ist meine Penispitze. Und was triffst du? Meine Penispitze. Aber wie wird jetzt eine Perle von früher sein? Der kleine reicht auch. Hahaha. Was ist das denn? Das ist ein Mini-Penis. Ja, das brauch ich nicht mehr. Das hatte ich ja. Das war ganz jung. Die cornstelle ist da. Alles ist weinig. Das war schädig. Ich hab sie schon aus. Wirklich. Wirklich. Vielen Dank.